Ja Freunde Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar bin ich nicht alleine da und zwar ist der Handy da Handy. Du hast vier Handy. Der hat vier Handy. Ich kann mir gerne einen Kanal leisten deswegen äh genau Sprezzes voll. Handy auch. Sprezzes voll. Hins Auge. Ne woanders hin, weiter unten. Ah. LOL! Was? Wie es mit einem Kfee überlebt hat. Das ist immer so. Auch wenn es 1000 Kfee hat. Theoretisch. Es ist so lange gepflegt bis es noch 1 Kfee hat. Heftig. Es ist immer so. Es kann nicht an Vergiftung sterben. Das ist nur wie bei Minecraft. Hm. Ok einen noch. Ich hätte gern den Hintern von Jennifer Lopez. Du dich auch? Ja ab und zu. NEIN! Ne. Oh ich hab einfach nicht aufgepasst ne. Alter. Ok die Regel ist für uns offiziell gestorben. Vor allem hier in dem Krankenhaus sagen die ja immer komm bald wieder alter. Was für eine schlimme Sache im Krankenhaus zu sagen. Im Krankenhaus? Ja das ist ja so ein Krankenhaus. Achso. Da sagen die ja immer komm bald wieder. Und stell dir vor du kommst ne. Du kommst so im Krankenhaus, brichst dir so einen Arm, bist so 10 Monate im Kohlmann. Ja aber stimmt. Und dann sagen die komm bald wieder, wenn du im Krankenhaus. Stimmt ja echt mal. Was geht jetzt hier vor? Es befummelt dich. Ich will aber nicht befummelt werden. Marre. Spritzt dir Wasser in die Hose. Okay. Oh ja. Nass und feucht. Äh ja. Gibt Sinn. Nein! Ähm. Nein! Das hast du geheilt oder nicht? Ja. Aber ich hab keine Lust. Ja weil der Blatt ist. Und wir sind Wasser. Ja. Das ist Käfer. Ja Platz. Der was ich pflanze. Guck mal hier meine Hose. Woll ich auch grad sagen. So ist ehrlich. Das ist das neueste Modell des Mordens. Ja. Ja. Das ist das neueste. Alter. 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 Ja. Ich glaub du wolltest jetzt aber zurücklaufen. Nein. Du musst immer halten du dummer. Scheiße. Äh. Lade mal. Äh. Ach so. Das stimmt. Ja Freunde die mir die nicht. Nein. Nee. Perfekt. Also bitte dafür. Das geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinen Schreibtisch untersuchen. Oh ja. Ja. Oder mich auf meinen Schreibtisch. Ja. Oh. Das bist du ja. Äh. wow. Du weißt ja aber auch was Pastor Hund наверное ein Armee von ok了. Oh ja. sind das müssen jetzt fangen was jetzt sehen ich hoffe es könnte ja haben wir was gegen flug siehst du mal haben wir was gegen flug als das müssen wir ausbilden zu machen plan jungen aber halt mache ich aber normaler sagen keiner sagt das direkt weg geht's gut ich bin die geschichte was auch sie ist es auch die kurze farbe nein die sich mit alter ich bin killer kann die mani alter Helmese ist das so immer noch nicht da will ich sagen es sieht nicht gut aus jedenfalls ja ich glaube auch weil ich so leicht für die immer so leicht sicherlich ich war ja leicht für dich die schaffte die freie hohen soll ab 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 zu tun also ein zufrieden der scheiße das ist doch wieder ich weiß dass die jetzt nicht so brauchbar sind das weiß ich wie gesagt aber alter das ist ja mega nein ich würde sagen wir tauschen alter heftig es regnet ja das ist immer für gut immer so und das ist ein trainer nein genau warum brennst du auch ich hab den tunnel durchquert aber ich habe noch jede menge energie übrig okay was man kann ich mal hier kann ich mal hier lass das oder lasst es doch nicht und ich bin fett und ich bin schützlos ermöglicht